Jo Leute, was geht ab? Dritter Contest hier in Pattendorf. Wir haben auf die Tricks nächsten Sonntag in Pattendorf. Einen Stead Contest gibt es für Sie auch noch. Einen Haufen Kreise und auch Cashflow Tricks. Mit dem Sie das so gut resabliert haben. Und alle heiß auf die Kohle sind. Cashflow Tricks nächsten Sonntag in Pattendorf. Cashflow Tricks nächsten Sonntag in Pattendorf.